Ich bin echt Spaß und so langsam komm ich auch gut rein, muss ich sagen. Ich weiß ja nicht, wahrscheinlich sagt meine Freundin jetzt, oh du bist voll scheiße. Im Vergleich zu ihr bin ich das wahrscheinlich auch. Ich bin der König der Piraten. Willst du mit meinem Crew sein? Wir können einen guten Chef nutzen. Warum nicht? Jeder hat mich gefragt, oder? So wie du siehst, ich bin der König der König. Ich werde dich vergessen, selbst wenn ich mich nicht. If that's okay, then we're good to go. I'll be your ship's chef. You motherfucker! Ich hab grad verstanden, I'm the worst chef. Ah ja, wir haben, stimmt wieder, wir haben ein neues Ship. Warte mal. Ja, ja, Hackfresse, ist schon richtig. Welchen Level ist das? Level 5, oh fuck. Ne, das kann ich erstmal knicken. Dann nehmen wir erstmal gut Soro und Pepper und jetzt, äh, mit Sanji werde ich gleich mal kurz ein bisschen trainieren. Weil ich möchte die beide eigentlich benutzen. Gib es auf, jetzt! Papnase. Hm. Oh. Oh. Wuhu. Ah! Alter, der hat dem Kleinen einfach eine Kiste an den Kopf geschmissen. Ah, shit. Nyaaau. Pfff. Oh, schade. Flunk. So. So. Du bist einfach scheiße. Aha! Aha! Okay. So. Wie pissig er ist. Ich mag Ravi nicht. Aber das machen wir mal. Wobei. Ähm. Ne, das war der Scheißkampf. Warte mal. World Map. Guck mal. Hier nochmal hin. Ich möchte mal Sanji gerade spielen. Ja. Ja, passt. Miau. Miau. Anstatt einmal durchzufahren. Ich will mal wissen, was Sanji drauf hat. Ich glaube aber, da habe ich genau das Falsche für gewählt. Start. Was? Cockblocker? Ich verstehe immer Cockblocker. Habe ich eine Superattacke? Nö. Cockblocker? Wow. Boots. Okay, das, er klingt scheiße, aber trotzdem, er macht Spaß zu spielen. Okay, und hier kriege ich überhaupt nicht so eine Erfahrung. Gut, gut, dann muss ich auf mal YOLO-Modus gehen, also, joa. Wird schon. Das hat Musik. Das ist bislang echt komplett die Story, so wie sie ja fast abgelaufen ist, ne? Do not jump, okay? Achso, ja, Nami ist ja abgehauen. Ah, Sanji, für sowas kann man ja Sanji immer noch missbrauchen. Und er immer, Cockblocker. Do not jump, okay. Zählt das, ich hoffe, das zählt nicht als Jump. Oh mein Gott. Oh. Ja, die sind ein wenig stark. Okay, aber ich kriege das hin, das kriege ich hin. Gut, ich weiß, dass hier gleich so ein Penner spawnt. Okay, und jetzt ist er nur noch da. Tja, funktioniert doch. Okay. 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 Level up. Sehr schön. Was ist das mit dir? War das Schuh diese spuckende Scheiße da gerade eben? Warte mal. Warte mal, was sagen wir denn hier? Ah, Long Level 10. Ah, Long Level 10. Äh, win without knocking opponent out. Was? Also ich soll durch Timeout gewinnen. Okay, das kann ich gar nicht machen. Achso, ich komme da ja noch gar nicht hin. Stimmt ja. Das heißt, ich muss jetzt zuerst... Knockout opponent, no damage from Super Attack, stay alive until Timeout. Äh. Jupp, mach dir was zu essen. Kommt, Zoro ist ja auch schon Level 10. Das packt der. Zusammen mit Pepper auf jeden Fall. Hallon Level 10, das wird schon. Oh, der kann mich in der Zeit greifen. Los, Pepper! Hahaha. It's already over? Win! Hab ich nicht. Hahaha. Der ist... Achso, Genzo. Stimmt ja. Stimmt, Genzo habe ich ja total vergessen, den Penner. Hm. Das stimmt, weil sie kennen die Story im Grunde, deswegen äh... Rats! Wow! Hahaha. Äh, hier. Oh, der... Die hat dauerhaft Schuhe-Effekt. Na super. Hat sie gerade gesagt, Lame Train! Schuhe-Effekt. Schuhe-Effekt. Oh, das kriegt er hin. Hm, ja. Pepper! Okay, ich darf sie nicht ausknocken. Ich soll aber trotzdem gewinnen. So, also heißen. Ich muss ihr Schaden machen. Braucht mehr Energie. Was? Achso. What have I done? Oh, shit. Okay, das kann nervig werden. Äh. Komm. Äh! Irgendwie will sie mich hier nicht angreifen. Aber ich könnte jederzeit durch, äh... Allein durch Dings sterben. Ey, ohne Scheiß. Kann sie ja trinken. Ich hoffe ja nicht. Du dumme Frau! Was schwierig ist, wenn sie sich selber umbringt. Naja, es ist ein gutes Training jetzt für Zorro, also... Äh, das wird witzig, wenn ich sie... Lame Brain! Lame Brain! Lame Train! Luffy! Please! Right! Alter, jetzt muss ich das nochmal machen. Ich witzig, wie ich will's nochmal machen. Ja, Pepper! Pepper, 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 Pepper! Ah ja, stimmt. Sanji, stimmt ja. Es ist gutes Training für ihn im Grunde. Das ist noch ein bisschen beschissen, weil sie bringt sich immer selber um. Okay. Eingriff. Oder auch nicht. Paff! So. Lass das. Lass das, Frau. Bleib einfach da. Bleib einfach da. Okay? Nami, komm. Bleib einfach... Nö. Weg. Ich konnte die ganze Zeit mein Bein einfach heben. Aber dann greift sie mich wahrscheinlich irgendwann. Aua. Das tut weh. Ah, Fischmenschen. Sie tut's schon wieder. Gott, jetzt... Boing, boing. Lass mich raten, jetzt wär ich am verkacken, weil sie weniger Energie hat als ich. Höchstwahrscheinlich sogar. Ah! Ah! Ah, 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 ah. Pass mal auf, jetzt gewinnt sie trotzdem, weil ich keine Energie übrig hab. Oder sie haut mich mit der Kiste. Ah! Geh weg! Nehme ich noch? Hab ich... Ja, okay, und dann gewinnt sie. Oh, das... Das ist kacke. Okay, die Voraussetzung ist kacke. Entweder bringt sie sich so dermaßen selber um... So. Jetzt lass mich in Ruhe. Miau. Ich hab mein Hemd, mein Jackett ausgezogen. Irgendwas nu. Sie tut's schon wieder! Jetzt wo es für mich gut aussieht, bringt sie sich andauernd selber um. Ich will aber nicht auf der Kuh laufen. Da, jetzt ist sie halt... Die ist halt gleich schon wieder... Ich sag's dir, ey. Bleib da jetzt stehen, weil... Bleib da stehen. Bleib da... Nein. Bleib da stehen. Bleib da stehen. Was? Ich kann's nicht glauben. Ey, sie ist so eine dumme Schlampe. Wow! Okay, das ist unfaire Scheiße. Ganz ehrlich. Ja, ich hab's ja nicht ausgenockt. Sie hat sich selber kaputt gemacht. Was soll ich denn da machen? Wenn sie auf einmal... einen auf Ben Drowned macht. Wow, das ist doch kacke. Komm. Ja, 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 ja. Das möchte ich jetzt haben. Ganz einfach, ey. Sehe ich überhaupt nicht ein. Das ist eine beschissene, äh... Sonder... Nein! Ich hab Pepper nicht genommen. Nein, ich hab... Okay, jetzt kann ich im Grunde aufgeben. Ich hab Pepper nicht genommen. Ohne Pepper kann ich nicht gewinnen. Nicht ohne... Nicht ohne mein Pepper. Nicht ohne Pepper, Pepper. Ich hab's nicht einfach. Und jetzt muss ich ja schon im Grunde ernst machen. Oh ne, sie haut mich einfach mit ner Truhe. Ich hab mich verklägt. Deine Titten wurden hier in dem Spiel genervt. Das ist mir grad mal aufgefallen. What have I done? Alter, und der... Mann, oh. So. Komm, ich bleib jetzt in ihrer Nähe. Versuch einfach... Alter, das ist voll die behinderte Bedingung! Das ist die dümmste Behinderung... Behinderung, ja, auch. Alter. Das ist eine scheiß Extra-Bedingung. Wobei... So wie ich sie kenne, wird's jetzt eh andauernd wieder... Sie wollt's grade schon wieder tun. Ich werf mal mein Jackett weg, ne? Pfff! Wen hab ich da jetzt? Ach so, ich hab Genzo. Okay. Ja, das sieht, äh... Jetzt grade noch Sieg für mich aus. Problem ist, sie will ja unbedingt immer Kisten haben, ne? Treasure! So, muss ich jetzt mal... Nein! Hör auf damit, Frau! Blöde Seekuh! Guck das an die... Abgelehnt! Ja, doch, das sieht jetzt aber gut aus. Oh nein, das sieht jetzt wieder nicht gut aus. Oh nein. Ne, komm, oder? Komm, oder? Nein! Was? Ey, das ist nicht euer Ernst! Ey, das ist die dümmste Sonderbedingung überhaupt hier, ey. Ja, gut, jetzt ist sie ja... Ich muss sie ja... Ich muss ja... Alter! Die... Die... Ich muss ja die ganzen Kisten von ihr fernhalten, sonst... Ja, ihr wirst es mal einer an den Kopf werfen. Ich glaub, ich hab jetzt grade da mit die KI gebrokt. Guckt euch das an! Äh... Ich glaub, ich hab sie kaputt gemacht. Nee. Alter, sie will... Sie will unbedingt an dieser eine Kiste da! Alter, sie will unbedingt diese eine Kiste da auf dem Rücken von der Kuh! Die will sie unbedingt! Gib mein Jackett wieder, jetzt will ich es doch nicht mehr. Komm, ich möchte es doch wieder anhaben. Ach, das ist mir zu warm und es ist wieder kalt. Ach, weg damit. Ach, nee, das steht mir nicht. Das ist nicht meine Farbe. Doch, das sieht... Nein, das sieht scheiße aus. Hm, doch, das kann man so lassen. Oder auch nicht. Oder doch. Oder nicht. Äh... Was? Ein Kostüm für Lysopner, super. Das war es ja wert. Wie doof. Alter, wie broken im Grunde. Aber es funktioniert. Oh, man. Oh, mein Gott. Do not bring out high damage from, äh, falling. Okay, low damage, super attacks. Er klingt wie ein Außerirdischer. I don't think so. Das Spiel macht echt Spaß irgendwo. Hm, er ist Level 10. Wir vers- wir versuchen es mal. Los, Pepper. Sawtooth, Arlong. Vielleicht ist Arlong ein Alien. Maybe. Charminar. Charminar. Los! Er wird immer unterbrochen. Eines Tages kommt seine große... Irgendwann kommt sein großer Moment. Habe ich noch gar keine Super-Attacke? Ne, habe ich noch nicht mal. Wow. Pepper, los! Er hat es sogar geschafft! Äh, nun mal so, Leute. Die KI in dem Spiel, die ist behindert. Ganz ehrlich? Wie lange will der jetzt diesen einen Angriff noch spammen? Wow. No desert for you. Nein, 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 nein. Geil! Äh... Support-Pepper. Eigentlich müsste da nicht Support stehen, sondern Pepper becomes more powerful. Ah, was haben wir denn da noch? Ach, gegen Zorro. Okay. Das sollte ich hinkriegen. Warum auch immer ich jetzt Zorro klop... Ja, Zorro gegen Zorro. Warum auch nicht? Pepper. Pepper, Pepper, Pepper. Niemand anderes außer Pepper. Ohne Scheiß, ey. Dieser kleine... Wow. Okay, mit mehr als 30. Pepper! Bein, ich find's geil. Er steht da wirklich non-stop. Also, ah! Ich kann aber auch echt nicht irgendwie, ne? Hm. Schade. Wir haben auch keine Super-Attacks. Alter. Da ist er wieder. Und er ist tauchen gegangen. Ah! Das war einfach... See ya! Wow! Like I thought, I'm tougher. Hashtag Pepper-Rhodar! Uh! Sehr schön, jetzt ist er auch Level 10. Kommt mehr! Geil, 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 geil. Hm. So weit, ich will das Match nochmal. Einfach der Erfahrung halber. Nein! Ich hab schon wieder... Oh, ich vergesse jedes Mal, dass ich Pepper auswählen muss. Ohne Pepper wird das nichts. Ohne Pepper gibt's kein Pepper. So viele? Sind grad wirklich so viele im Stream? Nein! Das ist meine Technik, du Arsch! Oh, ich hab endlich ne, äh... Wow! Ich hab... Achso, ich hab schon wieder Genzo. Na super. Okay. Äh, ganz ehrlich noch... Man kann irgendwie... Hab ich hier... Ich hab verkackt. Oh. 66. Oh. So schäbig bist du gar nicht. Okay, warte. Äh, geh nochmal hin. Ohne! Ohne! Und... Kuck, plocker! So. Kuck, plocker! Okay, es gibt nicht mehr so viel Erfahrung dann. Okay, gut. Schade, ich dachte, man könnte hier irgendwie mal irgendwo leveln. So, grinden so ein bisschen. Gamebox Crusher. Okay. Wir fahren mal außen rum. Kuck, plocker! Aber warum? Was ist das? Scheiße! Flavoring! Ich... ich bin so sorry. Hmmmm... Nein, nicht mehr so viel. PEPPA! Ah! Okay. Start! Wow! Äh... Wart mal. PEPPA, hilf mir! Ja! Wie ja nett, dass die ja noch solche Minigames eingebaut haben. Ich glaube, das ist Peppers wahre Berufung. Das ist Peppers wahre Berufung hier. Shit! Na, komm! Arrgh! Arrgh! Das ist Peppers wahre Berufung hier. Kisten kloppen. Yes! Pantoffeln! Die meine Verteidigung erhöhen. dass die Meldung eingekleidet gehen und nicht mehr auf die Meldung geführt haben. Und dann... Ja!